Im Frankfurter Zoo gibt es mal wieder Nachwuchs, bei den Maras, die stammen aus Südamerika. Auch für Kinder gilt, nach dem Aufstehen erstmal gründlich waschen. Und dann kann der Tag beginnen. Da kommt auch schon der Tierpfleger, der heißt Walter. So, ich will mal nach meiner Kleine gucken. Also wir haben jetzt hier Maras und die haben halt jetzt zwei Babys. Da ist im Moment nur einer draußen, na gut. Der zweite wird auch noch rauskommen. Ah, da kommt er ja wieder. Boah, die sehen ja fit aus. Also vergangenen Samstag sind die rausgekommen. Wir haben ja, vorher habe ich ja gesehen, durch ein trächtiges Weib, habe ich gesagt, ach, das kann nicht mehr lang dauern. Und siehe da, am Samstag waren die Babys da und wir waren happy. Und wir sind's auch. Die Mutter ist diejenige, die sich eigentlich drum kümmert. Der Vater hat immer gar nichts zu melden. Sie ist alleine für den Aufzug zuständig. Und die Jungtiere, wenn die aus dem Loch rauskommen, die gehen jeden Tag oder sagen wir mal alle paar Tage immer ein bisschen weiter von ihrem Loch weg. Aber die haben immer den Fluchtweg wieder zurück. Und irgendwann, wenn, die wachsen auch sehr schnell, aber irgendwann kommt dann der Punkt und dann gehen die immer weiter weg. Und irgendwann sind sie auch dann mit der Gruppe, die werden dann auch geführt und dann laufen die mit und so weiter. Aber die Mutter passt immer auf. Und wenn man die langen Hinterläufe so sieht, die können später mal so richtig Tempo machen. Walter, wohin geht's jetzt? So, jetzt gehen wir zu dieser Wurfhöhle und gucken mal, wie das Loch aussieht. In Wirklichkeit will er natürlich Mara-Babys gucken. Guck mal, wie ist das fein? Na, du bist aber ein Feiner. Hi, Schätzchen. Der andere sitzt auch hier oben. Der ist auch in dem Loch drin, der andere. Och, jetzt geht der rein, hä? Ja, guck mal, sind alle beide da. Und wie cool die sind. Ganz in Ruhe umgucken und dann so ganz allmählich rein ins Loch. Erstmal ein Nickerchen und von Walter erholen.